So, machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir waren in der Mission, die Streitkräfte aus Pontenza zu vertreiben. Und ich habe zuletzt, glaube ich, eigentlich einen auf den Deckel gekriegt. Ein bisschen. Ich musste mich ein bisschen zurückziehen, aber jetzt hatte ich ein kleines Nicker hier auf der Couch. Oh, ich hasse es, ey. Seid nicht so nutzlos. Na toll. Da war noch ein Scharfschützer oben drin. Guten Abend, Quant. Evolutionäre Entwicklung des Hundes. Vom Menschen auf die Couch gehoben. Ja, wenn der müde ist, dann macht er den Sprung nicht. Da muss ich den auf die Couch hochheben. Oh, da ist übrigens One Military Camp. Gerade fertig dauernd lautet. Das haben wir schon mal damals angespielt. Und da haben die Entwickler heute mir geschrieben. Sehr schönes Aufbaus-Spiel im Sinne von Evil Genius. Ich glaube, in der Digital Premium Edition, ich bin nicht 100% sicher, sind nur Skins drin. Wahrscheinlich weiß das im Chat gerade jemand besser. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass da jetzt irgendwas großartig, äh, tolles, anderes drin ist. Automatic rifle has been... All right, by the book. Let's fall back. We got the tools. Quick lagging behind. M8 Greyhound is deploying. We got the ground. Always advance to new position. What's the mission? Hey. We're needed. Squad, form up and move out. Wobei, Tarnung ist ja totaler Schwachsinn. Die KI sieht ja eh, wo ich bin. Hm. So, die alle da rüber. Okay, die Digital Deluxe Edition hat wirklich das erste DLC auch drin, weil ich habe das in dem, in dem Sale, auf der Sale-Seite nicht gefunden direkt. Time to earn your living, Soldiers. Let's move out. Rifle Squad and VAR. Ready. Private. Keep that. Time to earn your living. Double time, Soldiers. Jetzt habe ich mal da vorne auf. Denken wir eh, dass die KI jetzt nicht mehr angreift, erst mal. Die kommen immer nur angefahren, wenn du einen Punkt einnimmst. Aber wenn Sniper aufs das sagt, ähm, dann wird der wahrscheinlich recht haben. Geh weg. Zurück. Warte, bis die einen Sniper hier rausschießen. Sniper Flam, stay down! Sniper Flam, where's he hiding? Sniper Flam, where's he hiding? We're moving out, boys. We got our fire gun, guys. And keep firing. Engine- Engineers looking for trouble. New guys up front and center. All right. All right. All right. He's got him. He's got him in. He's got him on spot. Warning. That's another sniper dealt with. Full speed, boys. On it. Come on. Where you want the M8? Let's roll them out, boys. Shoot be approved on type. We're heading out. Where you want the M8? Let's roll them out, boys. Advanced to new position. Look like we'll be working for a living. We're needed, boys. Pay attention. Reference F1. So viel Banane. Verlassene Waffe aufnehmen, um Truppbrau damit auszurüsten. He's got him on. Normalerweise zeig's mir an, was für eine Waffe das ist. Time to dust off. We're needed. What's the mission? Paris. You've got to capture and hold that grid point. Oh no, Paris. All right. It looks like we'll be working for a living. Get to work. Airborne Squad boarding. We're up, man. Keep that 30 on the periphery. Thank you for the following, Kaiser. Oh, I'm going to get a nice move. I'm going to get a nice move. Yeah, let me turn on the field, Commander. Paris. On station. Order coming in, boys. Come on, let's go to the position of the power. Come on, let's go to the position of the power. We know the drill. Resource cash done. Have I got the motorized fuel? I've got the Flamme-Wear-Panzer. I've got the Flamme-Wear-Panzer. That means us. I think the rest should be there. 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 Get on a window and watch the area. Look alive Airborne. We're on it. The transport. Load it up and ready to make a pass. That's our number, boys. Here we come, Cary. Where do you want the MA? Enemy infantry. Fire at will. We're up. Come on, Jell актив. loin a starter, man. 迭 cre buds, okay? And your buddy takes us back to the fuel dot. Quick boy next. You go. Make sure to it. Buy your kit. Make sure that light got usочно- ulates politely of employment, sir. Ich war hier erstmal ganz chillig. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Hier wird bestimmt ein Sniper drin sein, weil Turm. Sniper Klischee. Das ist ein Sniper drin. Gut, gut, komm! Come on. What's the mission? All day's over. Back out we go. Time to work for Uncle Sam, boy. Go on, get your asses up and moving. We're needed, boys. Pay attention. Why don't you grab that engine, boys? Air troopers, ready for action. We're back to full strength. Ami, time to run off the M8. Air troopers, stand by. I need it, boys. Pay attention. Yeehaw. Let's do it. Use again. So, beide mal ein Stück nach vorne. Laser. Run infantry. What's the way? Sir, yes, sir. Das ist ein Tank. Eingebunkert. We're going to have to harass some crats, boys. We've got those snipers for you, Giorgio. Maybe you can repay the favor one day. Indeed, I will, my friend. Thank you. We're going over there. So. Where do you want the eminent you can have? Helmet, it's great standing by. Mach mal ein Pioniertrupp, der nach hier oben kommt. Ach, da steht auch schon einer. Da ist so ein Kackengpass hier. Gibt es nicht für eine bessere Stelle. Alle Stellen sind kacke. Reicht jetzt mal mit denen. We're up, man. Stand by. Where to, sir? Get rolling, boys. Airborne Squad, reporting. How about a ride, huh? Aerotroopers, stand by. Marching is why I joined the stand airborne. Ehm, doch, den hab ich doch gerade geupgradet, das Halbkettenfahrzeug, dass das ein Sanitätsfahrzeug ist. Der ist doch in der Lage an der Front, die aufzufüllen. We're alive, Airborne. Order coming in, boys. Emi, crux, move out. Where do you want the EMAs? Time to work for Uncle Sam, boys. Bazooka Team. Sound off. We got bombs with Jerry's name on them. B-47, ready to ruin Jerry's day. Move it, double time. Airborne Squad, ready. That's our number, boys. Team Boat, dropping bombs and getting the hell out of here. Order's up, man. Airborne, what do you got? Heads up, we got to throw that charge. Gepanzerte Fahrzeuge nach vorne. We got some place to be, boys. Watch and keep you in tip top shape, boys. Airborne, into the building. Move. Payload, ready. Oh, yes, sir. Shit. That one crazed me. Well, I'm not. They're closing in. Sample outside. Keep blasting. Get on it, boys. Paratroopers need some goddamn orders. Paratroopers need some work to do, Paratroopers. Time for some action. Schön, wie unser Bazooka-Typ unsere Deckung kaputt schießt. Paratroopers need some damage. Paratroopers need some damage. To be aünüzde Fruis. Sus permis. We can't be here. Combat engineers. Go. Stick together. Land our needles. We got a operation. That's on double, boys. Ninety-nine fighters here. D-Bone droppin' bombs and gettin' the hell out of here. The cowards are shooting at us! Shoot back! Red tail's on the way. Green light over the drop zone! Give them hell, boys! Get up, boys! What is that? Don't raise your chances to you! Keep your distance! Hier macht das alles schon. Hochdreck ins Gebäude rein. Get on with it! Bombers in range! Offense! Paratroopers have been cut down! P-47 ready to ruin Jerry's day. We're all dead! We've got paratroopers waiting in the wings, Commander! Damn it! Team Bolt droppin' bombs and gettin' the hell out of here! Ich muss einfach meine Ressourcen loswerden! joe sind ein bisschen über. Hier müssen wir das Gebäude zerstören. Das backt gerade ein bisschen mit der Einheit da drin. Tut mir leid. Und ja, Flammenwerfer hat auch geholfen. Meine Crew ist bereit. Paratroopers, Sten. Wir gehen tief in die Linien. Water kommen in, Leute. Squad, form up and move out. We're two, Sir. Let's advance. Emmy? Crew's not here. Engine in. All right, all right, come on. Wir sind in der Medikation. Wir sind in der Medikation. Get in der wir, wir sind. Well, aren't we, quit lagging behind? Load up. We got a mission there, boy. Come on. We got it. Spread the men out. Move it. Everyone outside. Time to work for Uncle Sam, boys. Emmy? Let's go. I'm rolling. Grab that engine, boys. M8 Greyhound is deploying. Engineers here. Well, look what the cat coughs up. Engineers standing by. Hit the road. Let's go. Here we come, Chief. Let's roll around, boys. We're two, Sir. FD-CAL MG inbound. FD-CAL MG inbound. Just what we need. Just what we need. Just what we need. Weapons, we got our orders. Time to harass some crowds, boys. Time to roll. The area is secure. Set up and stand by fire mission. Come on eyes everywhere. We got our orders. We got our orders. These bazookas need targets, damn it. We got our orders. These bazookas need targets, damn it. We got our orders. We got our orders. We got our orders. We got their orders. Hey, you go. Get on my asses. T-Bow driving bombs and getting the hell out of here. The Basook, he's here. Einbinden, weil gerade im Chat was gesagt wurde, eigentlich sind Paratrooper nicht schlecht, aber es gibt noch Upgrades, die du über den General kriegst. Ganz das Bazooka-Paket dazu, man sitzt nicht ganz nutzlos gegen Panzer. Der Sniper ist da rein. Das Gebäude nehmen wir auch raus, da ist eine MG-Stellung drin. Schon arme Leute. Der Sniper ist da rein. Der Sniper ist da rein. Der Sniper ist da rein. Wir haben Bombs mit Jerry's Namen auf dem. Der Sniper ist da rein. 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 Recon run, by request. Der Maschinen hat einen Limmens. Wir sind live. Wir sind in der Nähe. Ich sehe nichts, aber Schuhe ist hinter mir. Wir sind in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Infantry reporting in. Maritroopers, taking heavy hits! Hand down! Hand down! B-47, ready to ruin Jerry's day. D-Bow, dropping bombs and getting the hell out of here. Na, ist der endlich down? Ja. Was? Ihr habt nicht mal geschafft, das komplett auszuheben? Das NG-Nest? Was? Was? Movin! Get on with it! Das war ein Sniper. Er ist tot. Man down! Man down! IP ahead of uns. Get information. W-7, 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 W-8. Na toll. Da ist ein MB-Nest noch drin. Ich glaube, die Mission ist einfach vorbei, wenn wir alles eingenommen haben und das nicht noch ein Gegenangriff kommt, wie die das so gerne immer wieder machen. Ich glaube, die Sache ist hier durch. Ich bin jetzt ein bisschen offensiver gegangen zum Ende. Keine Lust mehr gehabt hier Step-by-Step durchzuziehen. Die meisten gepanzerten Fahrzeuge waren eh weg. Ich pass das nicht. Transport, loaded up and ready to make a pass. Incoming Paratroopers! Incoming Paratroopers! Get out! Artillery! That's it, men. Potenza is in allied hands. Na gut, die Mission ist einfach zu Ende. Auch wenn gerade 8000 Paratrooper gelandet sind. Heute gibt es kein Atomic Heart mehr. Und wegen der KI, es gibt halt gescriptete Missionen, die halt speziell sind, wo die KI, sag ich mal, nicht die ganze Zeit Einheiten produziert, sondern mit gewissen Herausforderungen konfrontiert wird. Und es gibt halt Gefechte, die halt dann, sag ich mal, in der KI der ausgewählten Stärke sind, die du ausgewählt hast. Und da spielen wir halt auch Veteranen. Das ist die zweithöchste Stufe. Wobei ich glaube, dass der da auf Basis der Kampagnen, des Kampagnenfortschritts trotzdem später wahrscheinlich stärker ist in den Gefechten als am Anfang der Kampagne, damit das halt so langsam ansteigt. Da funktioniert übrigens hier oben der Overlayer nicht. Der müsste weiter links sein. Ich weiß nicht, was ich bekommen habe dafür. Aber ich glaube, eine neue Kompanieart. Währungsreichweite, alle Marineschiffe erhöht, entfernt die Abkühlzeit der Zielhainfähigkeit der Luftwaffenkompanien. Na super. Wie heißt, dass sie einen zweiten Versorgungspunkt kontrollieren, haben alle Orte kaufbare Verbesserungen freigeschaltet. Erobern sie weitere Häfen, um ihre Bevölkerungslimit zu erhöhen. Und erobern sie Orte, die mit dem Versorgungssymbol gekennzeichnet sind, um ihre Ressourcenlimits und ihre Bewegungsreichweite zu erhöhen. Bei Midnight Sun gibt es definitiv auch PC schon als erste DLC mit Deadpool, weil es kurz gefragt wurde. Ich weiß aber natürlich nicht, ob es wie auf der Playstation aussieht. Ab morgen gibt es schon das DLC 2 mit Venom. 100. Kann ich eh nicht das andere mit dazu kaufen. Britische Panzerunterstützungs-Kompanie. Haben wir freigeschaltet. So, ich habe hier gerade Potenza eingenommen. Nach Plätze belagert und nach null Runden. Es wäre also diese Runde eigentlich, da sollte ich doch da hoch gehen können. Alles betrug einfach hier. Achso, dafür brauche ich Mannstärke. Ich habe gerade Munition. Die Verbesserung. Voller Ausbau. Alles betrug. So. So. Habe ich gleich darauf geachtet, ob das Gefecht war oder Mission. Auch Mission, okay. Deutsche Kompetenzen, sendet ein Panzer 4. Ein Granadiertrupp und ein Pioniertrupp. Guten Abend, Ababas. Dämliche Bunkeranlagen. Die Dreiheben ist Teil der deutschen Defensivität. So, go wipe them off the map. Alright, this ain't gonna be easy, but the men on those ships are relying on us. Let's go. That's our number, boys. Halftrack, deploying his order. Time to dust off. We're needed. Double time, soldiers. Green light over the drop zone. Give them hell, boys. We're pushing out for a 75-0. Big way. WRC, go out. Time to roll. Ground infantry. Let's keep that formation tight. Move it, parents. Go. Infantry room. Boarding in. Let's tackle the cherry-iering gun. That was great. We're playing while you're flying. Move. Hallo, rüber. Come on, move your ass. Sir, yes, sir. Give me that ground. Ich habe nicht gesagt, Banate werfen und ihr macht nichts. Say hello, boys. Capture complete. Lay it out. Grasshopper recon on station. Let's get to lunch, boys. Let's get out. What's the mission? Get started. Let's go. Those sweat train boys are eager to make that drop. Medical vehicle getting where we're needed. Time to work. Lunching keeps us in tip-top shape, boys. The Germans have emplacements covering the road. If we can clear them out, we'll have a straight shot to the Coastal Guns. Naja, zu stellen sie die Feindlichen im Bunker. Das wurde ja kurz angedeutet. Das werden wir ja auch tun. Das werden wir ja auch tun. Motorpool on this position. We're on it. Paratroopers standing by... You want I should carry you? Move out. Let's get it done, boys. Medical vehicle. Get in where we're in. We got some place to be prepared, boys. Engineers on the field. Get to it. Ready for the planet. Let's go. Let's go. Let's go guys up. Watch the center. Let's get fire. Enemy fire down on us. Enemy CP gets the cover. Get over there. All right, mate. We're taking them down over here. All back to HQ. We got close. Pin down. We're pinned down. They're all pinned. Orders coming in. Orders head out. Move. Get it going. Get it going. Carpoon. Okay, when I'm going up there, we have to go frontal and that will be bad. Let's go. We got somewhere to be. Yep, let's advance. We're not out. We're carrying. We're protecting. Engineer standing by. All right, all right. Come on. M3, take this route. We're going to new guard. Put us where you need us. Let's head out, boys. Stay together. Raffle grenade on that position. We're needed, boys. Pay attention. Shouldn't be a problem. Medical station all the way. Hot damn. We're up. M13, I'm not getting caught. Have we not noticed? We're up. Look sharp fellas, we're up. We're up. Recon away. We're up, man. Stand by. Water coming in, boys. You're out, man. You're out, man. You're out, boys. We're up, boys. We're up, boys. Catch up. Hands complete. M1918 automatic rifles will be distributed imminently. Panzerabwehrkanone. Seid ihr wieder fit? Fast. Ihr arbeitet dran. Na toll. Die stehen da immer noch. Ich glaube jetzt sind sie eingeriht. Eingesmoked. Dann kommen wir auch durch. Das Schlimmste. Weißt du, weil die im Nebel drin sind, kann ich die nicht anschießen. Denkst du ja auch so. Okay. Let's go! Orders. We've got orders to advance. Yeah! Move! 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 Now? You know the drill, so let's move out. That's our grid points. Sound off. I'll lead. It's on, boys! You two, grab hold of that AT gun. Combat engineers! AT gun, ready! Grab the trail! Move this thing! Get out of here! Make off that target! Don't let them out flank us! Those guys didn't see exercise get going. Think they know we're here! Come to it, boys! Hull in, squad! See what fucking grenade? Seriously? Get in! Grab your weapons! Grab those belts, Preston! Leave him! They were down! We're off! Got him! Can't be here! Push it! Get on with! And moving! Get off, Rob, you kid! Go! Let's look, boys! Fresh boots! Let's get to it! Moving to new destination! We're on this! We're up! We're up! We're back to full numbers! Guncar is coming here! What is he coming? Pepper Gears! We're here! We're ready to double tap, fellas! We're ready to double tap, fellas! We're ready to double tap, fellas! We're back and fall! We're back and fall! On me! Let's go! Quiet down! We're coming cold, man! Sir! Yes sir! We just got our good four locomotions! That's our number, boys! That's up! We got a whole! Move your asses? The ladies sons of bitches! Yeah. The airtroopers are trying to! Oh, it's coming cold! Forwarders! In them! Go! 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 Give our eyes! Get your eyes eyes! Ant more! What've you got!? Can you get $3 out of here? You can be $3 flat right! 빼 the trails! Grab the trails! Move this thing! To shoot! Grab the trails! Move this! Get your kids! Put them all down! If there's no, we can do, Wie man sieht alles super entspannt. Immer wenn ich deine Augenringe sehe, freiwillig wer von euch vier Kinder, äh uns vier Kinder hat. Ich glaube immer noch du hast vier Kinder, Chainsaw, und ich schlaf einfach nur nicht. Ich schwöre aber ich bin lebendig. Das ist es, Leute. Settel auf, wir haben wir. Enemies Territory. Geh es. Du brauchst einen Medik? Wir können hier sein. Pushen. AT Crew standen. Sie wollen das Gebäude secure. Sie können uns da weg. Was? Move. Oh man, down. M3 tanken, relocate. Sie haben die Highgäu. Nee, wir können zu hessisch auf unten, wir gehen weiter nach Norden. Wir holen erst die Bunker. Als andere wäre ja Unsinn. Nie mehr als drei Stunden zu schlafen, äh ich glaube das wäre nicht so ganz meins. Ich versuche da wenigstens mittags noch so, ja wie heute halt. Nach dem Essen so ein kleines Nickerchen, das hält einen äh lebendig. Wir finden, Jerry. Jumplicks, we're in. Wir werden. Jesus Christ, those cruts have missed off. 18 guns, ready, crack! We can't stay here! We can't stay here! Recon operations. Targets secure. Heads up! This side! Every jam, we're moving! Just lay down fire. Let's go! Get them loaded! We're moving out, boy! Heads up! Concentrate! Fire! Fire on the enemy! Lappen. Lappen, 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 Lappen. Lappen, 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 Lappen. Lappen, 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 Lappen. Lappen, 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 Lappen Ach kacke, da vorne ist ja der nächste Bunker. Zurück. Mach! 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 M3 tank destroyer reporting. Put us where you need us. M3 reporting. Get ready to kick some ass, boys. Take them down. Why? Time to work for what you know. Everyone does. Keep fire! Son of a bitch must do that! Hey! I got fighters here. We're ready to go, sir. We're getting eyes on enemy. D-Bone, driving bombs and getting the hell out of here. High altitude recon, ready for mission. Be your squad, advance. Time for some action. Move your asses. That's us, boys. Get ready. Make it quick and make it loud. Move your asses. Jesus. Get out of here. Get out of here! Get начинает. Get direct fire. Ready. Order's done. Airborne, what have you got? Heads up. Use it. Move! It's gone. What do we need? Snatch that location. Ah, it didn't. nicht gereicht. Zurück, guten Abend, Havok. Hey, ready! Brackle grenade out! Heads up! We've got order! It's us! We're ready to go, sir! Goddamn! We're up! It's rain out on these assholes! We've got a full crew! Anti-tank knocked out! The way is clear! I've got the two! Bomb is in range. AT crew standing by. Ready for deployment, sir. You need a water crew! On your feet! We must! Put us where you need us! Strip them for parts! Put us where you need us! Finished! What's next? Ach so, der birgt das Wrack. Und dadurch bekomme ich Treibstoff und Munition. Word completed! Wer ist damit gemeint? Das ist kein Bergungsteam oder sowas. Also Bergungsteam schon, aber ich dachte erst, die würden das reparieren, aber das machen die ja nicht. Need some recons? We've got orders to advance. M3 Tank destroyer reporting. Let's advance. Keep an eye out. We carry. Indirect fire. Gunny says we gotta move. Take an IGMG around! Border crew! HMG, bring them down to our level! We're on. We're good. We're good. Moving to new destination. We can't stay here boys. Mörser ihn weg! Mörser ihn weg! Get those mortars ready for action! You're gonna be in here! What's the mission? Infantry neutralized! We are good to go! All clean! All in here is here. Order is the hell you waiting for! Move out! We got orders. Get them off! Shoot it! We got foot flagging behind. Order crew! Awaiting orders! Malta crew stands ready! We're moving! Move out! There he is! That weapon needs the crew! Get on it! What's the mission? That's our grid point. I'll leave. Sound off! Volta crew stands ready! We're going! Get those mortars! Lock it in there! Make sure it's straight! Yes sir! Raffle grenade out! Okay! Entry! Dairy snapping! Let's liberate that sector! Ready for duty! Yeehaw! Cut character! He's getting out of here! Snap us! Get him for us! Take that sector! Secure it! Go! Stay together! Let's go! The wall and eyes everywhere! Getting hammered here! Reverse! Move! Diane macaroni 2! High no ostat& ...the whole family force has been destroyed! That was higher in excuse! 悶 gorgeous workforce! Let's stop for anything! Dann Está good for anything! Then을 ferr us up. Look sharp at you guys! We're up! Ready ATG! Short pass! cite it! Get fight! You name it... What we want is over yonder! Get those guns ready, the orders just came in. Hold up, let's go! We're two, sir! Give us a target! We're up, boys! Be ready! Gunter, please! Let's roll! What's up? Grab the kit! Retreat! Back to HQ! Get those guns ready! And we're ready! We're up! Engage! Looks like we'll be working for a living. Get the shower on the road. Back up your gear, we're heading out. Mortar! Ready to go! Mortar! Barrage that fucking target! Jesus Christ, up there! We're two medical vehicles, one to where we need it! Get down, sniper! We're on it! Let's advance! We're on it! We're on it! We're on it! We're on it! Grab that HM-C! I mean, he's out of it! What's the mission? Get rousing and get moving! Ample! Get me that goddamn point! What's up! Where's he hiding? We're running out! You men! Keep that formation tight! Commander! Are you guys taking the best shot? Get the best shot! We're on it! We've got some place to be, boys! Wollt schon sagen. Under crowd fire! And we spotted! And from above! Keep your distance! Squad! That's a go, boys! Let's go, boys! Let's go, boys! Let's go, boys! We're up, men! Stand in Texas! They call this Huffinage! Sherman 105! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! 105! I'm in a new position! Three two guys up! One percent! Alright! Alright! Come on! Word's coming down! You need a dozer! Order coming in, boys! AT crew standing by! We're locked and loaded! Let's go! No lagging behind! We're two! Get it to work! Headboard squadding! Cover! Coming through! Enemy infantry! Fire at will! Let's get to it! Get the fuckers down! Goddammit! Rifles! Shipped those asses! Ready for to move! Get and go! Ready to go, sir! Move your asses! That's the first gun dealt with! Let's get moving to the next one! Get close and in! Son of a bitch! What's our target? We're taking your target! We're two, sir! Let him have it, parents! We're taking last this year! What's up, sir? Double time, fellas! Alright, men! We're getting ready! 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 Alright, boys! Order's just for us! We're kicking up some shit! We're fucking down! We need to park it all over there, man! We need to park it all over there! Enemy territory! Check for cover as we secure it! We need to park it all over there! Soll ich einen zweiten Sherm jetzt langsam mal rauskommen? The crowds are trying to flank us! The engine looks unoccupied today, now we get the work! We get the work! The attack under fire! We need to park it! Infantry, KIA! VEIT 47 ready to ruin Jerry's day! The process! Straight for target! Dead ahead! I want your target! Skip! Do it! sowas hat sich da kommen wir aus der anderen hälfte der karte raus was halt super adi ist ach so der kommt nicht weil ich bevölkerung so mit erreicht haben einfach die panzersperren durch wir brauchen schon panzer wenn man die beste infanterie der welt hat mit Wärtsalber, wirst du einen? Wärtsalber, stay down! Oh, wait! Red Tails, report him! Wärtsalber, stay down! Get on with that! Let's get the pass, boys! Infantry, watch the pass above! Wärtsalber! 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 Wärtsalber, we're gonna get the pass above! Let's get it! I want a grenade on that mark, got it? Keep stacking them up! Make a decision! Straight off, it'll be our pleasure! Wärtsalber, we're here now! Weapon Crew, moving here! Wir haben hier ein Sniper irgendwo im Gebäude drin. Aber alles cool! Wir machen 411. die wollen sich da gerade umdrehen mörser nebel ihn mal ein Das war klar. Wir stehen da und können gar nichts machen gegen Sherman. Was ist los mit euch? Warum mördert ihr die nicht da hinten weg bis zum geht nicht mehr? Was ist das? Was ist das? Ich überlege gerade ob das Räumschild runtergefahren irgendeinen Nachteil bringt aber ich glaube nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gute Nacht Chainsaw bzw. viel Spaß bei deiner angebeteten. Möge sie deine Seele erquicken. Ich glaube auch dass das nur ein Tempounterschied ist wenn das Räumschild unten ist. Was ist das? Du brauchst einen Dozer? Das ist es. Das ist der letzte. Und die Kräuter fallen zurück. Regroup und ich gebe Buckram die gute Nachrichten. Ich gebe einfach irgendwelche Truppen auf. Die halt fliehen. Oh das war die Karte sogar. 2800 Prozent. Nur zwei Einheiten verloren. Auf der Instant Gaming von Company of Heroes 3 ist der Proof ja auch zu sehen. Das ist korrekt. Das hat immer damit zu tun. Ich bin der Instant Gaming Partner und alle Partner sind in deiner Liste drin. Und wenn du ein Spiel spielst was auf der Seite verkauft wird. Dann wirst du als Stream angezeigt auf der Seite. Die haben auch einen eigenen Kanal auf dem man streamen kann. Aber ich finde dafür keine Zeit. Also da fragen die immer freundlicherweise. Also der Frank von Instant Gaming fragt immer mal. Wer hat Bock heute auf der Instant Gaming Twitch Kanal zu streamen? Da finde ich nie Zeit für. Ich stream ja hier auf dem Kanal schon eine halbe Ewigkeit. Von der Zeit, von den Zeiten her. Da hat sich Bruce Friseur Besuch auch direkt bezahlt gemacht. Ich war nicht beim Friseur. Die Haare sind nur nach hinten gegelt. Damit wir nicht im Gesicht hängen. Guten Abend Himmium. Guten Abend Himmium. Ich will die Flugzeuge auf das andere Flugfeld holen. Ich will die Flugzeuge auf das andere Flugfeld holen. Nach Bevölkerungslimit erreicht. Übliche Elend. Passive Heilung wird gewährt. Vorgelegte Treibstoffeinkommen verbessern. Arbeitskraft Einkommen verbessern. Das Gefühl habe ich auch. Warst du unzufrieden mit der 4080? Die 4080 habe ich relativ schnell zurückgeschickt. Weil weder Fleisch noch Fisch. Und ich habe mir gedacht. Ähm. Aus beruflichen Gesichtspunkten. Wird die 4090 einfach länger halten. Vor allem im Bereich von 4K. Streaming und. Zocken und schieß mich tot. Aber trotzdem war es äh. Die teuerste Investition. Die ich je gemacht habe. Für den PC. Zocken. Ja. Hallo, Leute. Sofia hier. Ich lebe. Ich bin entschuldig. Ich sage die Corporal Joe Conte. Er hat jemand geschaut während der Prohibitioner. Die Partizisten wurden überwahrt von den Deutschen. Tja, wir können die eine Partisanentruppe nicht retten. Ah, shit. Auf YouTube wird das in der nächsten Folge sein.